Na Carsten, wie läuft das erste Training? Perfekt, wir haben hier einen Superstar dabei. Zum ersten Mal Wohlen. Tolle Sonne, geiler Wind, super Steuermann. Alle sind froh, ne? Heute werde ich auch mal gelogen, ganz zum Schluss. Keine Ordentliche Reise. Guck, vor dem Flugzeugträger sehen wir. Ist hier Frico oder was? Ja, schon 50.